So, und wir nehmen auf. Ich bin jetzt da mit Nora und den Julian für Anger. Oder ist es Anger? Anger, ich schätze mal, oder? Eine Band aus Wien und sie sind beide in Wien, das heißt Südtiroler. Was treibt du in Knochen? Ja, eigentliches Studium. Ich habe Kunst studiert, zeitgenössischen Tanz, und das hat es sonst nirgends gegeben. Oder halt in Wien, Berlin oder in irgendeine andere große Stadt. Zu Wien habe ich halt den meisten Bezug gehabt und dann habe ich dort die Aufnahmeprüfung gemacht und bin hineingekommen und der Studium ist schon längst fertig, aber ich bin halt noch da. Du freust dich großartig. Wie gefällt dir die Stadt? Ja, super. Also, nein, ich muss sagen, ich bin jetzt schon eine Weile in Wien, also schon einige Jahre, und man braucht oder eher Zeit gebraucht, bis ich sagen kann, jetzt fühle ich mich richtig wohl da. Also mir hat es früher sehr nach Hause gelustet. Also ich bin in den Sommerheim gefahren, weil ich einfach nach Hause gegangen bin. Und jetzt mittlerweile ist das ein bisschen anders, weil ich mich da einfach schon viel heimischer fühle. Und warum hast du einen bestimmten Moment gegeben, wo du gemerkt hast, jetzt bist du umgekommen? Ja, ich glaube, das hat voll viel mit den Strukturen zu tun und auch, wenn man anfängt zu arbeiten. Also solange man in einem universitären Kontext ist, wo du dann im Sommer frei hast oder halt irgendwas anderes machst, dann ist es mehr eben noch so ein bisschen schulisch, wo du dann die Ferien zelebrierst. Also seit ich eigentlich arbeite und für mich Jahreszeiten nicht mehr so viele Unterschiede machen, ja, fühle ich mich da einfach heimischer. Du bist schaubereiflich Schauspielerin? Genau, ich bin Schauspielerin und Performerin und Musikerin und mittlerweile mache ich auch noch einen Master in Gender Studies. Was war dein Bachelor? Zeitgenössische Tanzpädagogik am Konservatorium. Wie kannst du dann in Spinner auf Gender Studies machen? Wie geht es dir? Weil ich künstlerisch oft zu Gender-Themen arbeite und zu feministischen Themen und ich einfach das vertiefen wollte theoretisch. Und der Gender Studies Master ist hier in Wien ein interdisziplinärer Master, was ziemlich cool ist. Dann kann man Leute aus allen Fachbereichen zusammen. Und deswegen war es für mich auch möglich, dort den Master zu machen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich das Leute am Konservatorium machen können oder so. Ich meine, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, an den ich über uns sprechen möchte. Ihr seid ja beide sehr auf Instagram und sehr auf Social Media unterwegs, und du vor allem, Nora, du zeigst deine Weiblichkeit sehr offen. Du hast ja auch ein Foto drinnen, wo du nicht direkt über deine Regeln sagst und selbst bist ja kritisiert worden. Oder du hast ein Foto, wo du… Ich komme mir an den Eis rennen und es ausschaut wie Vagina. Ah ja, es war eine Lolli, eine Lolli. Genau. Ich greife weibliche Themen auf und versuche einfach die Minorität ins Lächerliche zu ziehen, was ist und versuche Tabuthemen umzusprechen, die momentan noch Tabu sind und ein bisschen zu provozieren. Und mich interessiert auch voll, wie die Leute darauf reagieren, weil zum Beispiel das Bild, wo man das Blut sieht, das ist gar nicht mein eigenes Blut, sondern das ist auf jeden Fall eine Filmschminker, weil ich bei einem Film mitgemacht habe, eh bei Iceman, also der Mann aus dem Eis, also die Geschichte von Ötzi, der ist vor anderthalb Jahren getrennt worden. Und ich habe eine schwangere, jungsteinzeitliche Frau gespielt, die bei der Geburt… Entschuldigung, auch war das die Produktion mit dem… Mit dem jungen Vogel, genau. Ja, okay. Der, was bei der Geburt gestorben ist und natürlich haben sie mich dann überall mit künstlichem Blut beschmiert und die haben das dann halt aus einem Winkel fotografiert, weil das hat da angefangen, also in der Mitte von meiner Oberschenkel, die Schminke, und die haben das halt aus einem Winkel fotografiert, dass das halt so ausgeschaut hat. Okay, okay. Und das war eben extrem und habe einfach in Hashtag Free Bleeding hingeschrieben und das ist halt extrem lustig, weil die Leute glauben einfach, alle das, was sie sehen, ohne das eigentlich zu hinterfragen, ohne die Geschichte dahinter zu hinterfragen, hätte man ein bisschen mehr recherchiert. In der Zeit hat man sofort, ich habe ja Stories gemacht, gesehen, dass ich einfach auf einen Film satt bin und extrem geschminkt bin und solche Sachen sind halt extrem lustig und das Foto hat halt echt so viele Reaktionen und so viel Hate angekriegt und ich habe mir auch vor allem gedacht… Ja, sogar Vice Spanien hat mir geschrieben… Ja genau, Vice Spanien hat mir geschrieben, ob ich mich zu dem Thema äußern will und so und ich habe ihnen dann geschrieben, hey, kann ich voll gerne, aber es ist halt fake. Und dann waren sie natürlich… Ist das… Findet man das? Oder hast du dich geäußert noch? Nein, weil ich ihnen dann gesagt habe, ich kann mich voll gerne zu dem Thema äußern und das ist ein Themenbereich, den ich studiere und der mich sehr interessiert und wo ich halt dazu erforsche. Aber es ist nicht mein richtiges Blut und dann waren sie so enttäuscht, dass sie dann… Aber das ist doch ein sehr gutes Thema, was Instagram und die ganzen Geschichten umbelangt, die künstliche Hypersexualisierung sozusagen. Glaubst du mir, wie kann ich die Frage formulieren, ähm, glaubst du mir auch mittlerweile ein Peak erreicht, dass es fast nicht mehr weitergeht? Du meinst die Sexualisierung? Ja, dass das unrealistische Bild einfach so übertrieben ist, dass das jeder auch merkt? Oder glaubst du, dass es so bleibt? Nein, ich weiß nicht, ich verstehe das ja eigentlich nicht und ich probiere mich allem aus und ich versuche allem zu verstehen, was eigentlich Mainstream will, weil ich glaube, ich bin eine Künstlerin und als Künstlerin versteht man Mainstream einfach nicht, weil heim ist man halt idealistisch und verkopft und macht seine Sachen und beschäftigt sich halt eben genau vielleicht nicht mit Mainstream und wenn du dich mit Mainstream beschäftigst, dann in einer kritischen Art und Weise und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, warum zum Beispiel, wo offensichtlich Bilder, wo du offensichtlich siehst, dass die Frauen ihre Augen künstlich vergrößern oder auch die Männer, es ist wurscht wer, irgendwelche Personen ihre Gesichter verändern und du merkst das total und das schaut mangamäßig oder comichaft aus, also es ist ja ästhetisch schön, das sag ich eben nicht und das Bild finden dann alle toll und schreiben darunter, hey, wie geil, wie schön, du bist so schön und ich denke mir allem, Leute, halt, sag es nicht, dass das weg ist, aber du willst lieber Fake sagen, wie was nicht so ästhetisch ist, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich auch alle Kontext, wo das ich nicht breche. Ja, nein, aber im Kontext Social Media jetzt. Also auf Instagram, du willst, im Grunde willst du schöne Sachen sagen und schöne Menschen und schöne Aktivitäten und das sammelst du und sagst. Das ist, ich stimme, ich kann den Leuten zustimmen, ich finde das absolut traurig irgendwo. Logisch ist es traurig, aber es ist halt, hm, ich weiß nicht, ob es traurig ist, es ist einfach Normalität. Glaubst du, dass es Normalität ist? Dass die Menschen sich nach dem sehnen, ja. Weil es ist ja Kitsch warst schon. Ja, also, ich glaube, du willst dich in dem Moment nicht unbedingt intellektuell mit etwas beschäftigen, sondern durchwischen und durchschauen und das ist so wie ein leiter Unterhaltungsfilm, der einfach nicht die Oberfläche verlässt, oder? Stimmt, du willst an der Oberfläche bleiben und du willst eigentlich nicht gestört bleiben. Eben, und du willst vor allem nicht über dich selber nachdenken. Ja. Heiligster Punkt. Okay, noch einmal den kurzen Fix für den wow, schau, wunderschön, like, weiter. Okay. Und wenn das jetzt hundertmal passiert, noch einmal das hundertmal, auch du, wie du, was ich das hundertmal sehe, und du hast ja rauscht, durch ein unglaubliches Rauschen an oberflächlicher Schönheit, wie kannst du denn sagen, was schön ist und was nicht? Wenn du leider das hast, verstehst du? Du kannst nicht sagen, was laut ist, wenn du so eine Stille hast. Nein, nein, das stimmt. Aber es ist eben zum Beispiel dann solche Bilder, wo Regelblut gezeigt wird, das bringen ja Kurzdenken. Das Rauschen auch. Voll, ja, aber das hat eh nicht jeder. Nein, eben. Aber weil, weil die Menschen, also ich glaube, alle wollen einfach nicht so viel nachdenken und einfach sich das Rauschen an schönen Bildern. Ich glaube, das kann man sagen, oder? Das kann man sagen, ja. Ich muss noch eine lustige Anekdote dazu erzählen, und zwar er mir an das Bild gepostet und dann irgendwann kommt in Brixen ein junger oder ein Bub zu mir, halt in, keine Ahnung, 18, 19, 20, so, und sagt zu mir, hey, Nora, ich habe ihn gemüßt auf Instagram entfollowen, weil Loop ist mir halt viel zu brutal. Und das ist mir halt viel zu brutal. Und ich habe es halt voll lustig gefunden, weil derjenige, der postet halt, keine Ahnung, sich mit einem Joint oder voll betrunken oder irgendwie halt so feiern, raven, was ich eigentlich voll brutal finde. Und das ist dann in Ordnung. Und wenn ein bisschen Blut ziegst auf einem Bein, du siegst ja nicht einmal, du siegst keine Genitalien, du siegst ja nicht, du siegst einfach ein Stückchen Bein mit einem roten Stroh. Und wenn es dann uns halt irgendwann absurd findet, dass es dann so brutal ist im Gegensatz zu allem anderen, denen du begegnest auf Instagram. Aber was willst du mit den Reichen? Welche Grenzen willst du versprengen, wenn du das hier nicht tust? Nein, ich will eigentlich nichts erreichen. Das ist auch so wie ein Research. Ich schaue einmal, was passiert und ich bin gespannt auf Reaktionen und ich versuche halt zu verstehen, wie das vielleicht funktioniert oder wie Leute funktionieren, was anstößig ist oder was Menschen denken, dass es anstößig ist und was nicht. Aber ich will nicht gezielt provozieren, halte ich mir eigentlich gleich, sondern ich probiere einfach so wie ein. Und das habe ich in dem Moment halt so Lust gehabt und im nächsten Moment vielleicht habe ich auch Lust, mir so Manga-Augen zu machen. Und dann probiere ich halt selbst und schaue einmal, was passiert. Aber die Provokation, ich meine, die Provokation in in erster Linie Popmusik. Ja. Also ich glaube, was man dazu zählen könnte unter dem Thema Männlichkeit und Weiblichkeit ist, dass wir beide Frontfrau, Frontmann sein, die ineinander verschmelzen. Weil wir quasi, wir waren jetzt im Studio oder wir haben auch die letzten Songs, die man von uns kennt oder so ins Livekonzerte kommt, wir singen ein Album zugleich. Also es ist Album, die Nora singt und Album, ich, der singt. Und wir haben sehr ähnliche Stimmen. Also logisch ist die Frauenstimme, man darf auch hören, aber… Nicht Album, aber ja. Aber vom Charakter passen sie extrem gut zusammen und ergeben eine Stimme. So, dass du nicht sagen kannst. Zum Beispiel, unser Produzent hat jetzt mal gesagt, er mag keine Menschen. Und dann hat die Nora gesagt, aber uns mag schon. Und dann hat er gesagt, ja, ihr seid aber keine Menschen, ihr seid Wesen. Wow. Weil ich glaube, was er damit meint, ist, dass eben das, dass wir alles gleichzeitig tieren auf der Bühne und das vor allem mit singen oder uns halt bewegen, dass es da dann so verschmelzt, dass keine Sexualität als solche, oder? Kein Schlecht mehr da ist. Ihr seid ja Barler, ihr neues pure Liebe. Ja. Ja. Super. Ja. Aber es ist halt trotzdem… Ich glaube, es ist… Wir haben ja schon lange Erfahrungen als Musikerinnen und Musiker gemacht und wir haben halt zum Beispiel gemerkt, dass die Nora von allen männlichen Technikern vor allem, weil es gibt sehr wenige weibliche Technikerinnen, sofort heißt es, ah, ist sie die Sängerin. Okay. Und sie hat es halt auch schon sofort sexualisiert oder eigentlich eine Zuschreibung der Rolle, weil wieso ist eine Frau sofort die Sängerin und nicht eine Instrumentalistin? Und da erstaunt man dann einem wieder, weil wir uns halt ständig in unserem Umfeld eigentlich allein mit Menschen umgeben, die was, sagen wir mal, schon versuchen bei Hand von dem Geschlechterkontext zu sein. Ja, von den klassischen Geschlechterrollen. Ich meine, das kannst du natürlich nie, das kann ich auch nicht, aber wir versuchen es zumindest. Wir versuchen zu gendern, wir versuchen, oder? Und dann kommst du eben ins richtige Leben und dann hast du, ich sehe die Sängerin und du denkst so, nein. Und halt, ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir mit unserer Musik halt hinarbeiten, oder? Genau, also eben das Verschmelzen und das Ausbrechen aus den klassischen Rollenbildern und das, wenn du dann unsere Musik hörst, im besten Fall, als du das als eines wahrnimmst, die beiden Stimmen als eine Stimme und du nicht darüber nachdenkst, was ist jetzt der Frauen- oder der Männerpart, sondern dass das eine Person wird. Und was für uns auch völlig wichtig ist, dass wir beide an der Front stehen, auf der gleichen Ebene, und dass es da einfach keine Hierarchien gibt. Wir sind einfach beide vorne und es ist wurscht, welches Geschlecht wir haben und es ist eigentlich wurscht, aus welchem Kontext wir kommen, sondern wir sind in dem Moment einfach die Musikerinnen und Musiker, die zusammen etwas weiterzugeben haben und vor allem auch Menschen unterhalten wollen. Aber es ist schon nicht allein unterhalten in dem Moment, es ist schon ein Statement für sich auch auf der Bühne. Ja, ich glaube, auch unser Produzent hat gesagt, unsere extremen Schwäche, halt nicht Schwäche, unsere extremen Stärke ist, dass wir so ehrlich sind. Also, dass wir einfach unsere Texte sind ehrlich und wir tun nichts zu verschönern, sondern wir lassen einfach alles ehrlich außen und wir sind so, wie wir sein. Und ich glaube, so ist eben unsere Musik. Wir sind unsere Musik und unsere Musik sind wir. Aber trotzdem versuchen wir auch eine Boxshow zu machen? Ja, also die Show ist jetzt unabhängig von dem, was man hört. Und natürlich, wenn wir auf der Bühne sind, machen wir. Und wir unterhalten. Ja, machen wir schon. Also das ist schon ein ganz klares Ziel. Ja. Finde ich. Ja. Auch auf die Gefahr, jetzt den Unterhalten zu sprengen mit dem Thema, aber wir haben ja momentan auch so ein bisschen, also die ganze Identitätsfrage und die ganze Geschlechterfrage ist ja ein Megathema momentan. Man soll international gesehen. Ja. Wo glaubst es führt das hin? Gleichzeitig haben wir auf eine volle krasse Rechte momentan. Eine sehr, sehr starke Rechte, die, was einfach dafür sorgt, dass die klassischen Rollenbilder wieder viel stärker sind, die ins Alltagsleben integriert werden. Wo führt das hin? Wo es hinführt, also irgendeine ganz große Angst. Ich krieg Angst, wenn ich die Bilder seh, zum Beispiel jetzt in Chemnitz. Ich frage mich echt, wo soll das hinführen? Wo soll der Rechtsdruck hingehen? Ich kann nicht verstehen, wenn ich mal die Regierungssituation in Österreich anschaue. Ich verstehe nicht, wie solche Menschen an die Macht kommen, wieso Sozialhilfen gestrichen werden, wieso zwölf Stunden Tage. Es ist für mich unerklärlich, inwieweit wir uns zurückbewegen die ganze Zeit. Weil 1933 haben sie in zehn Stunden... Da haben sie von zwölf auf elf Stunden reduziert. Genau, reduziert. In Schweden haben sie 2018 in sechs Stunden Tage eingeführt. Und in Österreich ist es richtig hart. Für mich ist das so unvorstellbar. Also, ich glaube, ich bewege mich halt in meiner Blase. Und in meiner Blase gibt es die Leute gar nicht. Und deswegen erschrickt mich das so unglaublich jedes Mal, wenn ich es liese. Aber ich glaube, ich bin Musiker, ich kann allein versuchen, Menschen irgendwie ein Selbstbewusstsein zu geben oder eine Feuer zu geben, dass sie etwas ändern, dass sie an sich glauben. Aber ich glaube, mehr kann ich auch nicht tun. Und wo es hingeht, wie gesagt, wie graust es richtig. Aber wenn ich das herlöse, ihr seid schon ziemlich politisch, oder? Ja, wir sind ja auch politisch. Ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie kritisch nachdenkt, ist ein politischer Mensch. Also, du kannst gar nicht... Also, wenn du dich mit Themen, oder wenn du dich mit deiner Gesellschaft, die dich umgibt, auseinandersetzt, dann bist du von mir jetzt gesehen politisch, oder? Ja. Und wir sind vielleicht noch... Also, wir sind keine politischen Band als solches, wir gehen nicht auf die Bühne und sagen, hey, dir das und das. Aber in seiner Anspruch ist eher, hey, wir zeigen einem keinen Weg, oder wir vermitteln einem kein Gefühl, aus dem es schöpfen kann. Oder, hey, war halt die große Traumvorstellung, dass man in Menschen und junge Menschen sagt, hey, es ist nicht das Thema, was eigentlich die ganze Zeit alles sagen soll. Aber ist schon ein guter Punkt. Wie vermittelt man das? Wie vermittelt man in jungen Leute, hey, die klassische Rollenverteilung ist... Indem man es ihnen vorliebt. Indem man es ihnen vorliebt. Ja, genau. Indem man es ihnen vorliebt und indem man sich ausdrückt. Und wir haben eine Bühne und das Ding von der Bühne ist ja, du stehst ja oben und im besten Fall steht unten ein Menschmengen, der dir zuschaut und sie sind dir ja praktisch dann irgendwo auch ausgeliefert, weil du kannst durch ein Mikrofon Sachen sagen, du kannst dich bewegen, du kannst ausschauen, die unschauen, du kannst mit allen möglichen Mitteln einfach Sachen ausdrücken. Und uns auch ist ja das große Kapital von so einer Bühnensituation, dass du halt einfach Leuten direkt Energie schicken kannst und ein Gefühl schicken kannst und eine Message, auch wenn sie nicht so offensichtlich ist. Oder dass du sie einfach eine Stunde lang alles vergessen lässt und beschützt. Also ich glaube bei unserer Show ist es halt echt so, wenn man sich darauf einlässt, dass man... Wir sagen auch in unserer Show, hey, kommt mit in unserer Welt. Wir vertrauen uns, wir führen uns, wir lassen uns eintauchen. In uns. Es könnte uns in uns schauen. Und es könnte eigentlich dann fast wir sein und... Guter Punkt. Wir kommen gerade auf den Punkt hin. Wir privat sind auf der Bühne. Also wie viel ist Privat Nora und Julian und wie viel ist Enga? Ich glaube, wie gesagt, es ist natürlich bis zu... Es gibt Inszenierung innerhalb von dem, aber die Grundbasis ist eine authentische. Und es ist nicht... Für mich ist es nicht anders möglich, wie aus dem zu schöpfen, was wir sein. Und weil alles andere fühlt sich halt komplett falsch. Und deswegen glaube ich, kriegt man... Also man kriegt 100% von dem, was wir sein. Genau. Ja, eigentlich kriegt man 200%. Genau, vielleicht kriegt man 200%. Weil... Aber eben, wir bieten was unkommt mit in der Welt und in der Welt gibt es eben nicht das, was in der Welt gerade passiert. Weisst? In unserer Welt gibt es keinen Unterschied zwischen dessen und dem. Nein, in unserer Welt regiert halt die Liebe und äh... Ja, und die Unterhaltung. Ja. Und was ist Liebe-Fank? Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich kann allein wieder... Lass mich eine andere Frage stellen. Ja. Bei welchem Track ich fange, kriegt man das Gefühl, was die Liebe für einen ist am ehesten? Ja, ich wollte jetzt gerade eben eine Geschichte dazu erzählen. Nämlich, eben waren wir im Studio vor ein paar Tagen und es war... Wir haben voll... Also wir sind schon länger zusammen und wir haben voll lange eigentlich nicht gewusst, wie lange wir zusammen sind. Weil wir auf das halt nicht so viel Wert legen und... Und jetzt einmal haben wir es halt ausgerechnet und dann sind wir halt draufgekommen, hey, da... Weiß ich jetzt nicht mehr... 22. August... Ist jetzt ein Tag, an dem wir zusammengekommen sind. Und haben waren wir genau im Studio und haben einen unserer neuen Songs eingespielt mit dem Titel First Time und halt, sag ich schon, als praktisch es geht um die erste Liebe und um das erste Mal große Gefühle und um das erste Mal zu lieben. Und wir sind halt im Raum gestanden und wenn wir eins singen, dann stehen wir uns gegenüber und schauen uns um und wir waren halt in den Raum drinnen und das war halt so ein schummeriges Licht und das war voll eine intensive Stimmung einfach. Und man singt ein mit Kopfhörern und im Regieraum hockt der Produzent und irgendwann hört man halt so durchs Mikro gesagt, hey, Leute, ich wollte gleich sagen, das ist das Romantischste, was ich seit Jahren lebe haben. Wow. Ja, das Romantischste, wie man eigentlich so einen Tag feiern kann. Genau, genau. Also wie man die Liebe zelebrieren kann. Weil es ist natürlich halt... Ich meine, das klassische Ball gehört wahrscheinlich an dem Tag zusammen was essen oder es schaut sich einen Kinofilm an und wir sind halt im Studio und arbeiten. Aber logischerweise, für ihn zum Produzenten, der draußen huckt und die Energie spielt, natürlich hat es ihn so von Stuhl gehauen und gesagt, er hat gänse Haut und das ist einfach schierend halt. Aber ich meine, das ist jetzt nicht... Ja. Nein, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass das Liebe halt das Grundvertrauen ist und das Gemeinsame, wenn man was gemeinsam teilt, eine Leidenschaft, ein Leben und wenn man einfach zusammen ist, ohne dass man sich dabei irgendwas ausrechnet, sondern wenn man einfach den anderen so akzeptiert, wie er ist oder sie ist oder whatever und da einfach zusammen ist und das nicht lange halt, sondern nicht versucht irgendwie einen Vorteil oder Nachteil oder irgendwas. Ja. Okay, wow. Ja, und ich glaube, ich meine, Liebe... Ich glaube, Liebe ist halt, es klingt jetzt total, wie soll ich sagen, geschissen oder... Aber Liebe ist das Einzige, was uns, glaube ich, alle reibt dazu. Okay. Ich bin mir sicher, wenn man lieben kann, wenn man sich lieben kann und jemand anders lieben kann, ist man ein besserer Mensch. Okay. Also das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber in Wahrheit geht es ja auch um Selbstliebe. Wenn du dich selber nicht magst, wie willst du niemand anders lieben? Und deswegen glaube ich halt 100% schon an Liebe, weil es ist nicht recht viel mehr übrig, an das man glauben kann. Das ist die einzige Konstante im Leben. Ja, mir kommt es schon vor, weil, ich meine, politisch, wie gesagt, was soll ich glauben? Das ist auch eine Identitätskrise im Grunde. Ja, nein, im Grunde ja. Und ich finde halt, über Social Media, wo wir vorhin gesprochen haben, das sind echt keine Werte, wahrscheinlich ein junger Mensch. Ein interessanter Punkt. Glaubst du, dass ein Werteverlust im Gang ist momentan? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist einfach ein Verlust von allem im Gang. Ja, also der Diskurs verschirbt sich halt in eine alleweil weiter nach rechts. Und mir kämpfen die jungen Leute, also das System hat sich so krass verändert, und die jungen Leute sind viel neoliberaler und kapitalistischer, und in dem denken drinnen, okay, wir müssen so schnell wie möglich Geld machen und so schnell wie möglich in das System einsteigen, wie ich vor fünf Jahren oder sechs, also ich habe mir auch gedacht, easy, weißt du, halt ich, und ich weiß auch nicht. Was ist passiert, dass du nicht mehr so denkst? Nein, ich sehe gleich die jetzt die 20-Jährigen, also unsere Freunde und Freundinnen, die so jung sind, oder halt jünger sind als mir. Hey, mirke ich das halt voll, wenn die 20 sind, haben sie teilweise schon einen Stress, und ich denke mir halt, hey, du kannst nicht einmal allein sitzen, weil chillen wir. Ja, aber ich glaube, es ist nicht einmal ein Werteverlust, sondern es ist so eine Verschleierung, es ist halt durch den ganzen Konsum, was schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich passiert, aber durch das, eben durch die ganzen Social Medias und so weiter, durch die Selbstdarstellung, verschwinden die Werte. Weißt du, es ist gar nicht Platz dafür, weil es ist ja, und ich tue ja auch mit, es ist ja auch cool, sich zu präsentieren im Internet, und ich nutze das auch, weil ich glaube, ich habe noch etwas zu sagen, und viele vielleicht nicht, oder haben auch nicht einmal die Lust, etwas zu sagen, sondern, und hinter der ganzen Selbstdarstellung verschwindet das. Hell, habe ich das Gefühl, also dass ich es gar nicht verschiebe, sondern es ist so ein Verschleier. Und wie hast du das wieder raus und wie kriegst du das wieder zurück? Wie kannst du deiner Botschaft wieder Gewicht geben? Nein, ich glaube, man muss halt eine gewisse Kompromisslosigkeit vorleben, finde ich, dass man den Menschen sagt, hey, ich komme aus Brixen, wir haben alle gesagt, von Musik weißt du nicht leben können, und ich habe mir eben gedacht, fick dich, ich kann sicher von Musik leben, du kannst vielleicht nicht von Musik leben, weil du zu wenig arbeitest. Aber wir sind seit Jahren im Proberaum, wir sind seit Jahren im Studium, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hinkommen kann, und ich möchte Leute, das möchte ich gerne vorleben. Aber es geht ja gar nicht darum, davon zu leben, im Sinne von, davon zu leben, natürlich geht es auch im Saal, weil du musst von irgendjemandem leben, aber mir geht es halt auch darum, das zu leben, und das Leben zu leben, und ein Lebenswerk zu kreieren. Ich will nicht, keine Ahnung, 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang in einem Büro sitzen, sondern ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich möchte etwas kreieren, ich möchte aber am Ende meines Lebens einfach zurückschauen und mir denken, das war jeden Tag geil. Und das war vielleicht schwierig, weil ich oft einmal weniger Geld gehabt habe, als andere. Aber es ist nicht genauso das Problem mit der Instagram-Generation, dass die Leute meinen, sie müssen jeden Tag wie ein Bilderbuch haben. Also, aber jetzt rede ich nicht davon wie ein Bilderbuch, sondern... Weil das auch geil ist. Ja, ich meine, natürlich ist nicht jeder Tag geil, aber ich meine, für mich ist es ein schwieriger Tag, ein guter Tag, weil ich dann am Ende denke, okay, das hat mir jetzt, was hat mir das gezeigt, bin ich weitergekommen, habe ich mich entwickeln gekannt, was ist mit mir passiert, komme ich auf neue Gedanken, auf neue Sachen und so. Also, ich rede jetzt nicht davon, dass die Tage gut sein müssen, aber gehaltvoll ist mir so wichtig. Das ist ein gutes Stichwort. Du machst, also, die Liebe ist eigentlich eine Triebfeder sozusagen im musikalischen Schaffen. Und das seid ihr auch gerade im Studio. Genau. Seit dem Monat seid ihr im Studio, um nicht ein Album, sondern vier Lieder aufzunehmen. Ja, genau. Wir waren am Monat im Studio, wir sind genau gestern fertig. Und wir haben jetzt einmal derweil vier Songs aufgenommen, die dann released werden im Laufe des Jahres noch. Wo findet man die? Die kommen dann auf alle Plattformen, also Spotify, kommen überall kaufen und es wird sich dann hin entwickeln zu einem Album, aber momentan sind es die vier Songs und die kreisen sich halt alle um die Liebe. Und wenn das eben untiessen darf, haben wir die in einem längeren Satz zusammengefasst, die Titel von den Songs. Und zwar Love someone this year the first time. Ah, super. Also es ist echt super. Also es sind vier Songs, vier Titel, die ergeben auch einen Satz. Ja, genau. Und die ergeben einen Satz und der Satz steht eigentlich genau für das, was wir sein und was wir sagen wollen und was wir in dem Moment mit unserer Musik weitergeben möchten. Ja. Und ich finde das halt ziemlich genial, weil sich das halt nicht so, also das war nicht so überlegt, wie nennen wir die Lieder jetzt, sondern die Lieder haben Titel gehabt und wir haben sie einfach einfach so zusammengeschoben und da haben uns gedacht, hey, krass. Ja, oder noch dazu, wir haben wirklich 20 Songs geschrieben, davon haben wir sieben den Produzenten geschickt, er hat vier davon ausgesucht und die Titel sind dann einfach zusammengegangen. Ja, genau. Wollen wir auch kurz über einen Manager reden, er ist ein ziemlich prominenter Manager. Ja, wir arbeiten seit Juli 2017 mit Hannes Eder und mit Benjamin Brüst. Die haben ein neues Label gegründet, eine Managementagentur, die nennt sich Fat Penguin. Und Hannes Eder kennt man, weil er ja früher der Chef von der Universal Österreich war. Und, ähm, ja, mit denen arbeitete. Und Europe als Armenier. Genau. Deshalb kannte man ihn eigentlich als sein Gesicht zumindest. Also hier an den Felsarmenier. Ja. Meine Mama hat sich total gefreut. Er wurde das, der die Christina Stürmer entdeckt hat, ne? Genau. Ja. Gewaltig. Ja. Das ist ja super. Ja, voll. Also wir haben ein super Team um die Band. Enger, sonst könnten wir auch nicht so große Schritte machen, was wir gemacht haben. Wir haben bis letztes Jahr 30, 40, ich weiß nicht wie viel. Und wir haben richtig viele Konzerte gegeben, aber nicht Konzerte, die man spielt, um zu spielen, sondern wirklich Konzerte, die was ins Weiter gebracht haben. Wir haben Popfest gespielt am Karlsplatz und danach hat die Presse übrigens geschrieben, ORF hat einen Beitrag gemacht. FM4 hat jetzt als Highlight, also von dem Wochenende, also wie sagt man, als Highlight betitelt. Wir haben am High-Pop-Festival gespielt nach der National auf der Indoor-Bühne im Brucknerhaus in Linz. Wow. Es sind wirklich krass gute, also coole Sachen passiert und die passieren halt, weil wir extrem viel arbeiten, aber weil wir auch eben so Leute haben, die uns auf dem Weg unterstützen. Ja. Wie den Hannes und die beiden. Okay. Und weil es halt auch Menschen gibt, die einfach uns und unsere Musik gut finden. Hallimann Hall ist das Wichtigste eigentlich. Ja, logisch. Ich meine, es ist halt eben, du, aber als kleine Band kennt ihr niemand wirklich, sondern du arbeitest Schritt für Schritt, dass die Leute kennenlernen. Und eben, wir haben das Glück, dass das auch umkommt, dass das auch umgenommen wird. Also, es ist… Wo habt ihr die meisten Fans, oder wo ist die meiste Rückmeldung? In Wien. Ja, in Wien. Ja. Wir haben ein Release-Show gehabt im Volkstheater in der Roten Bar. Da haben wir gerade, also ich glaube, das war das dritte Konzert in Wien. Und das war ausverkauft. Wirklich? Ja. Also in Wien haben wir echt die Shows, die wir gespielt haben, also als Hauptband, haben wir eigentlich bis jetzt alle ausverkauft. Ja. Was halt sagt, okay, da ist einmal unsere Basis an Leute. Ja. Das freut mich wirklich. Das ist ja super. Und jetzt, eben, jetzt tascht man ins Aussie aus Wien. Und wir haben auch, aber man muss auch sagen, wir haben auch in Brixen gespielt, Dekadenz, war auch ausverkauft. Stimmt. Das ist natürlich nicht so groß, weil… Spielst du es am Calt & Pop? Nein. Nein. Okay. Und wir haben vor letzter Woche in einem Mal stattfest gespielt, und du hast halt auch die Reaktionen gemerkt, die Leute, also das funktioniert, es ist wurscht, ob es Wien ist, oder ob es irgendwo anders ist. Ich glaube, wenn man ins Live sieht, dann funktioniert das. Mhm. Also. Ja. Danke fürs Interview. Das hat mich voll gefreut. Es war ein volles gutes Gespräch. In der Beschreibung auf YouTube wollen wir jetzt sein. Wir finden jetzt einen Downloadlink, die Lieder zu den einzelnen, und die restlichen kommen nicht so nach, logischerweise. 11.10. Tag ist ein fettes Konzert mit der Churchills… Nein, 10.11. Ah, 10.11. Als Vorband für Churches im Gasometer in Wien. Ganz rat und streichen, gell. Ähm, und ja, danke. Danke dir. Danke, ja. Passt.